Kamera läuft. Zwei Besucher vom Risto und euer Fahrzeug, wie gefällt es euch? Sehr schön, sehr schön. Was hast du so getrunken heute schon? Das ist eine Aufwärmphase. Aufwärmphase, ja. Guter Mineralwasser mit Appelsaft. Ja, genau. Sonst ist es eine Wasserschorle. Wie gefällt es dir? Mir gefällt es immer. Ich bin schon ewig hier ansässig. Schon 20 Jahre wohnt er im Rheinberger hier. Im Fitnessstudio. Tust du also über Nacht im Fitnessstudio? Nein, ich bin im Fitnessstudio. Ehrlich? Und ich bin der beste Kunde. Zeig mal, was hast du denn drauf? Wer hat mehr Muggies? Zeig mal, dass du ein guter Trainer hast. Mach mal. Zeig mal. Hast du mehr wie ich? Meine Damen und Herren hier. Das ist nicht schlecht. Aber der Hans hat noch mehr. Ja, der Hans. Der Hans. Wie oft muss man trainieren? Jede Woche, ihr da? Ja, natürlich. Alle da. Zwei Mal am Tag, sieben Mal die Woche. Weißt du, beim Kunden machst du noch Verluste, oder? Wenn der Jede da kommt? Ja gut, es kommt immer drauf vor. Er animiert die anderen zu mir. Und dass die öfters dann kommen, wenn er da ist. Das ist schon... Das ist ja ein Ding. So muss man es machen. Der Vorteil ist jetzt, könnt ihr direkt vom Fitnessstudio ins Restaurant gehen, oder? Ja genau so ist es. Und ihr habt da glaube ich die Speisekarte mit zusammengestellt? Ja, die ist komplett aufs Fitness Factory ausgerichtet. Also es gibt Vitamine, gesundes Essen, Salate. Genau so. Was äschst du so, wenn du so viel Sport machst? Ja, viel Eiweiß, Fude. Viel Eiweiß, Salat, genau. Aber sieben Mal in der Woche, oder? Sieben Mal in der Woche. Wir machen die Grußbox, also jetzt öfter noch grüßen. Ja, wenn die grüßen wir dann. Ich grüße unser kleiner Dennis, der ist zuhause geblieb. Und äh... Das ist all gut drauf, ihr. Ja, wen grüßt noch? Und überhaupt so, hier die ganze nette Runde da. Kann man kurz mal rüberschwenken. Ja... Alle Besucher, also Mitglieder vom Fitness Factory. Und ja... Und deine Grüße? Also klar, wenn ich grüße, also die komplette Mitgliedschaft von der Fitness Factory. Mit äh... Komplette Familie. Und alles was dazugehört. Genau. Also ihr habt noch Plätze frei bei euch im Fitnessstudio? Ja, ich würde mich freuen, wenn die... Die Besucher vom Risto 1906 äh... Bei uns... Da könnte man so Rabattkarte machen, wer... Fünfmal Gas hat im Risto. Der kriegt äh... Freistunden als bei dir oder so ungefähr. Und äh... Der Tommy weiß dann auch. Ja genau. Der Tommy benennt die Frau dann. Also euch noch viel Spaß. Und... Haut rein Jungs. Alles klar, vielen Dank. Tschau. Tschau.